Was wir wissen ist, dass die Diätrestriktion tatsächlich einen positiven Effekt auf die Stammzellalterung hat. Oh mein Gott, das ist doch keine Lebensqualität mehr. Ich muss sagen, für mich war es eigentlich nicht so. Also ich habe ehrlich gesagt das positiv wahrgenommen, weil das weniger, was man isst, das schmeckt alles fantastisch gut. Es ist beim Metformin so, dass das Metformin im Gegensatz zum Insulin nicht das Risiko hat, dass man zu niedrig geht mit dem Zucker. Das ist reduziertes Risiko. Meine Kernmessage wäre, wenn man wirklich Geroprotektion, die sicherste Intervention, auswählen will, dann muss es eine Diätrestriktion sein. Welche Wirkstoffe helfen uns, das Altern zu verlangsamen? Über Nahrungsergänzungsmittel, also die klassischen, wird ja schon seit Jahrzehnten geforscht und diskutiert. Aber wie sieht es aus mit den Geroprotektoren der neueren Generation, also der neuen Nahrungsergänzungsmittel und auch Medikamente, die das Altern verlangsamen sollen? Darüber darf ich jetzt mit einem Alternsforscher sprechen, der es in sich hat, wenn ich das so sagen darf. Er ist nämlich Stammzellenexperte, also er beschäftigt sich mit Stammzellenalterung und auch mit Stoffwechselalterung am Leibniz-Institut für Alternsforschung. Und heißt Professor Lenhard Rudolph, danke, dass Sie dabei sind. Sehr gerne. Guten Tag, Frau Ruge. Was ist denn aus Ihrer Sicht der beste Geroprotektor derzeit? Ja, Sie haben jetzt sehr in Ihrer Einleitung auf neue Ergänzungsmittel und auf Medikamente hingewiesen. Ich glaube, wenn man tatsächlich jetzt den besten Geroprotektor auswählen müsste, würde ich immer noch sagen Diätrestriktion. Weil die Diätrestriktion ist die Intervention, die in verschiedenen Tierarten bis hin zum Menschenaffen gezeigt hat, dass sie das Überleben verlängern kann. Sie sind Kalorierestriktionen oder auch Diätrestriktionen, weil die meisten Protokolle vermindern eben nicht nur die Kalorien, sondern eben die Gesamtnahrungsaufnahme. Diese Protokolle zeigen tatsächlich eine fantastische Wirksamkeit von der Hefezelle über den Wurm, über die Fliege, über Mäuse, Ratten, Hunde bis hin zum Menschenaffen, das Überleben verlängert werden kann. Die neueren, sag ich mal, Nahrungsergänzungsmittel oder auch die jetzt angestrebten medikamentösen Ansätze, Rapamycin oder Metformin, um zwei zu nennen, die sind eben noch nicht so in der Breite untersucht worden wie diese Diätrestriktionen, die wir schon seit vielen, vielen Jahren kennen und die eben diesen Effekt hat. Also das meine Kernmessage wäre, wenn man wirklich Geroprotektion, die sicherste Intervention auswählen will, dann muss es eine Diätrestriktion sein. Sie kennen natürlich allerbestens alle Studien, die zum Thema Metformin, Rapamycin, aber eben auch zu den Nahrungsergänzungsmitteln wie NR, NMN etc., aber unter den Diabetesmitteln auch noch Akkabose etc. veröffentlicht worden sind und man weiß ja, dass diese das Fasten oder CR-Nachahmen eventuell aber auch verstärken können. Deshalb möchte ich gerne mit denen anfangen, mit Metformin würde ich gerne anfangen. Damit sind Sie einverstanden, dass wir Metformin uns einfach mal unter die Lupe nehmen und zwar nicht nur, ja, das ist ein Diabetesmittel, das ist ein Fastennachahmer und kann diese Effekte entweder, wer nicht fasten kann und will, trotzdem bringen oder aber verstärken. Lassen Sie uns mal ein bisschen tiefer gehen. Was macht denn Metformin in den Zellen? Müssen wir natürlich jetzt alle verstehen, also möglichst vereinfacht bitte. Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil was Metformin wirklich macht, ist immer noch nicht ganz geklärt. Man weiß, dass es verschiedene Ansatzpunkte gibt in der Zelle. Einer, der vielleicht im Moment am favorisiertesten ist, ist, dass Metformin die Mitochondrien, also die Kraftwerke der Zellen, leicht hemmt, die Atmungskette, die eben in den Mitochondrien für die Herstellung von ATP, von Energieträgern über die oxidative Atmung verantwortlich ist. Und da ist Metformin ein schwacher Inhibitor dort an dem ersten Komplex und hemmt sozusagen die Atmungskette. Und das wird von der Zelle dann wahrgenommen als Stress, als ein milder Stress. Die Mitochondrien funktionieren nicht richtig, es wird nicht genügend ATP gebildet. Und dieser Gegenspieler vom ATP, also dem Energieträger, das ist das Monophosphat, das AMP, häuft sich an und es kommt dann zur Aktivierung dieser AMP-Kinase, AMP-K. Und die kann eben dann Stoffwechselwege in der Zelle zum einen hemmen, dass eben weniger aufbauender Stoffwechsel, der aufbauende Stoffwechsel wird gehemmt über M-Tor. M-Tor-Hemmung, zusätzlich die Wachstumssignale, das AKT, das Insulin-Signaling. Und das zusammenführt dazu, dass die Zelle eben Energie spart, eher, sage ich mal, anfängt aufzuräumen, geschädigte Proteine abzubauen. Autophagie ist da ein Mechanismus, der eben solche schädlichen Moleküle abbauen kann. Das wird aktiviert. Stoffwechsel, Metabolismus, Wachstum wird inhibiert. Das senkt dann auch die Inflammation ab, was auch im Alter chronisch erhöht vorliegt. Also insgesamt ein Sparmodus, der eingestaltet wird. Ein Aufräummodus, der dafür sorgt, dass eben geschädigte Proteine abgebaut werden oder auch geschädigte Mitochondrien und die Zelle sich wieder besser aufstellt, um metabolisch effektiver zu sein und damit eine bessere Funktion zu erhalten. Und das wirkt sich dann eben auch positiv auf Organfunktionen aus, Physiologie des gesamten Organismus. Die Insulinsensitivität wird gesteigert, weswegen das Medikament auch bei Diabetes-Patienten eingesetzt wird. Das sind so, denke ich, die Kernpunkte, die man so zusammengefasst darstellen kann. Und das passiert aber auch bei CR, also Calorie Restriction, Diätrestriktion und beim Fasten. Das ist im Grunde dasselbe. Da haben Sie recht. Deswegen spricht man tatsächlich bei diesem Medikament auch von einem Diätrestriktions-Mimeticum. Diätrestriktion macht ähnliche Antworten wie das Metformin. Dadurch, dass eben weniger Nährstoffe reinkommen, wird das in der Zelle auch wahrgenommen, dass nicht genügend Nährstoffe zum Verbrennen, wie das Tanken, die Betankung beim Auto, es kommt nicht genug rein an Biomaterial, was für den Stoffwechsel genutzt werden kann. Weniger Aminosäuren als Eiweiße, weniger Glucose, weniger Fette. Und das wird von der Zelle in ähnlicher Weise als Stress wagen, wie die Hemmung der Mitochondrien. Und Stress haben, Entschuldigung. Jetzt ist die Antwort im Wesentlichen dann ähnlich. Auf molekularer Ebene wird es eben auch dieser Wachstum und Metabolismus-Pathway, das M-Tor wird gehemmt. Der ist ein Kern, ein ganz starker Regulator dieser Prozesse. Aber im Unterschied zum Metformin ist es so, dass es jetzt nicht alleine über die Mitochondrien-Hemmung geht, sondern es geht auch direkt zum Beispiel an das M-Tor, weil die Aminosäuren in der Zelle reduziert werden. Und das alleine kann direkt zu einer Aktivierung vom M-Tor führen. Und solche kleinen Unterschiede könnten eventuell wichtig sein, warum die eine oder andere Intervention im Alter eventuell besser ist. Kommen wir sofort drauf. Ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen. Metformin ist ein fastennachahmendes Medikament, das für Diabetiker Typ 2 empfohlen wird und eingesetzt wird. Das führt dazu, jetzt nur von den Effekten her, dass wir weniger zum Beispiel Eiweiße produzieren, also dass insgesamt der Stoffwechsel der Zelle auf Rückwärtsgang sozusagen umgeschaltet wird. Es wird ganz viel verbraucht, was an Müll in der Zelle ist. Also wird weniger an auch Eiweißen für die Muskeln aufgebaut eventuell. Es wird aber auf jeden Fall in den Mitochondrien, unseren Zellkraftwerken, wird weniger ROS, also weniger freie Radikale gebildet, was ja vielleicht hin und wieder mal von Vorteil ist, weil die ja zerstörerisch sein können. Es wird langsam, es führt zu einer langsameren Zellteilung, sprich unsere Zellen, unsere DNA hat auch noch mehr Zeit repariert zu werden. Vielleicht können Sie dazu auch gleich noch mal was sagen. Und insgesamt wirkt sich das entzündungshemmend aus. Aber auch vielleicht, was den Stoffwechsel angeht, ich hatte mir dazu noch notiert, NAD und ATP Plus. Also NAD, was wir ganz viel brauchen für unsere, also für alle Energie, für die gesamte Energiegewinnung und ATP, werden mehr hergestellt, was uns insgesamt mehr Energie gibt. Habe ich das alles richtig gesagt und zusammengefasst? Ja, Sie haben das gut zusammengefasst, das muss man schon sagen. Also die Zellteilung, denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt, dass die reduziert wird, sowohl bei Diätrestriktion als auch bei Metformin, weil eben diese Wachstumssignalwege, das Insulin-Growth-Factor und auch das AKT in der Zelle werden reduziert und dadurch wird Zellteilung reduziert. Durch die Mitochondrienhemmung wird auch weniger ROS gebildet, was die DNA schädigen kann. Auch die Zellteilung kann die DNA schädigen. Ich denke, die Zellteilung ist vielleicht sogar der wichtigste Mechanismus für DNA-Schädigung, weil bei der Zellteilung ja die gesamte Erbinformation kopiert, also repliziert werden muss. Und dabei entstehen Fehler. Und es gibt auch bestimmte Regionen im Genom, wo das nicht so gut funktioniert, wo die Sequenz schwierig zu replizieren ist. Da entsteht dann so ein sogenannter Replikationsstress. Und das sind dann eben Quellen für DNA-Schädigung, also Schädigung der Erbinformation. Und das wird bei beiden Ansätzen reduziert, sowohl bei Diätrestriktion als auch bei Metformin. So, und jetzt kommt es zu der leider schlechten Nachricht. Ich war auch sehr frustriert, denn ich mache beides. Ich nehme Metformin, 500 Milligramm am Abend, und ich mache Nahrungs-, also Diätrestriktion oder Nahrungsrestriktion, mache Intervallfasten. Und eigentlich müsste sich das beides ja super ergänzen und nur tolle Effekte haben für mich und meinen Alterungsprozess. Und jetzt haben Sie herausgefunden, dass Metformin bei Mäusen und wahrscheinlich bei Menschen im Alter gar nicht mehr funktioniert. Und am Max-Planck-Institut für die Biologie des Alters haben Sie herausgefunden, an Kilifischen, dass das Fasten bei älteren Tieren auch nicht mehr funktioniert. Wie schlimm ist das denn jetzt für mich? Ja, da sprechen Sie, glaube ich, wirklich einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist natürlich schon ein Schock gewesen in der Alternsforschung. Das ging eigentlich schon auch los mit Arbeiten von Linda Patric, die an Mäusen gezeigt hat, dass der Effekt der Diätrestriktion, der Intervention, die wirklich am allerbesten bewiesen ist, dass sie das Überleben verlängern kann, dass der Effekt im Alter sehr stark abgeschwächt ist. Und zwar hat sie gemessen den Effekt der Diätrestriktion auf das Absinken der Mortalität, also der Sterblichkeit. Und hat das gemacht in einer großen Studie an Mäusen und hat einmal eben junge Mäuse so eine Diät ausgesetzt und dann gleichzeitig aber auch gealterte Mäuse, die, sage ich mal, schon dem Alter von 60, 70 Jahren im Menschen entsprachen. Und hat dann festgestellt, dass die Mortalität tatsächlich im Alter heruntergesetzt war, wenn die Mäuse von jungen Alter an kontinuierlich diese Diätrestriktion gemacht haben. Wohingegen, wenn die schon gealterten Mäuse diese Diätrestriktion begonnen haben, erst im hohen Alter, die Absenkung der Mortalität, also der Sterblichkeit, sehr gering war. Jetzt war es nicht null. Es hat immer noch einen positiven Effekt. Also es ist nicht so, dass jetzt die Wirkung komplett verloren ist. Und da haben wir auch Hinweise. Wenn wir Untersuchungen machen zur Diätrestriktion im Vergleich jung und alt, sehen wir im Alter immer noch einen positiven Effekt auf die Lebensspanne. Bei Menschen? Bei Mäusen. Bei Mäusen. Und bei Menschen? Bei Menschen gibt es keine Untersuchungen. Also es gibt Untersuchungen zur Diätrestriktion, wo, sage ich mal, die sich so über zwei Jahre hinziehen. Und da gibt es klinische Studien, die gezeigt haben, dass Diätrestriktion auch im Menschen positive Effekte hat. Also auf Gesundheitsparameter. Also, sage ich mal, Parameter für kardiovaskuläre Erkrankungen, Fette im Blut, Bluthochdruck. Solche Parameter werden tatsächlich deutlich gebessert. Ja, aber bei alten Menschen? Das ist nicht, Menschen nicht so, meines Wissens nach, noch nicht so gut untersucht worden. Die Studien, die ich kenne, die haben sich so mit mittelalten Menschen befasst. So zwischen 50 und 70 und haben dort positive Effekte gesehen. Und so ein direkter Vergleich, wie eigentlich der junge Körper auf Diätrestriktion reagiert, im Vergleich zum alten, solche Studien sind mir aus menschlichen, also aus klinischen Studien nicht bekannt. Aber wenn ich Sie unterbrechen darf, es ist eben, finde ich, wahnsinnig frustrierend, dass sowohl Diätrestriktion als auch Metformin bei sehr, sehr vielen Tierarten und vor allem auch Säugern bei jungen Tieren funktioniert, lebensverlängernd, Gesundheitsspanne verlängernd und bei Älteren nicht. Ist das richtig? Gibt es dafür eine Erklärung? Es gibt eben diese Hinweise aus dem Killifisch-Modell, das Sie angesprochen hatten, dass das Fasten nicht mehr richtig wirkt. Es gibt die Hinweise von der Linda Patritsch, dass die Diätrestriktion in alten Mäusen nicht mehr so effektiv ist auf die Verlängerung der Lebensspanne. Und man muss sagen, es gibt auch Hinweise zu Metformin. Und zwar, um jetzt wieder den Kreis zu schließen, es gibt Daten aus dem Fadenwurm, dass Metformin in alten Würmern das Überleben nicht verlängert, sondern sogar verkürzt. In Mäusen hat man das auch gesehen, dass der Effekt von Metformin auf die Überlebensverlängerung besonders groß ist, wenn man in jungen Mäusen anfängt. Wenn man in mittelalten Mäusen anfängt, ist der Effekt schon reduziert. Und wenn man in alten Mäusen anfängt, gibt es keinen positiven Effekt auf die Überlebensverlängerung. Das sind Studien von Anisimov, die sind auch schon sicherlich jetzt zehn Jahre alt und wir haben großes Interesse an diesem Gebiet. Warum ist das? Warum kann der alte Körper nicht mehr diese positiven Antworten aktivieren auf Diätrestriktion oder auf Diätrestriktionsmimetika wie das Metformin? Ich glaube, das ist wirklich eine der, wie die Amerikaner sagen, Million-Dollar-Questions im Alternsfeld. Aber es gibt doch schon erste Vermutungen. Es gibt Vermutungen, aber es ist im Prinzip noch nichts mechanistisch, noch nicht viel bewiesen. Eine Hypothese besagt, dass das epigenetische Gedächtnis eine Rolle spielt, also die chemische Modifikation der DNA. Wenn man sich das so vorstellt, die Erbinformation ist ja eine bestimmte Sequenz, die ist festgeschrieben, aber zusätzlich zu der Sequenz gibt es noch eine chemische Modifikation dieser DNA selbst, Methylierung oder Acetylierung und solche Modifikationen haben einen Einfluss darauf, wie, sage ich mal, Gene gelesen werden können. Und da gibt es Hinweise, es hat gerade auch die Gruppe von Linda Patric diskutiert, dass es vielleicht doch daran liegt, dass dieses Leben, die Ernährung im vorangegangenen Leben, wenn man jetzt sein Leben lang ad libitum, also so viel isst, bis man satt ist, das nennt man dann in der Forschung ad libitum, dann brennt sich da so ein Gedächtnis in dieser DNA ein und das hat offensichtlich einen Effekt darauf, wie dann die Gene reagieren können, wenn man jetzt Diätrestriktion macht oder Fasten oder mit Formen nimmt. Das ist eine Hypothese, aber Moment, Moment, wenn ich sie da unterbrechen darf, also ich gehe wieder von mir aus, ich war immer dünn und dann habe ich also ein epigenetisches Muster auf meiner DNA, das sich gemerkt hat, also du kriegst jetzt nicht immer ad libitum zu essen, du musst immer wieder gucken, dass du Autophagie machst etc. Was heißt denn das für mich jetzt im Alter, dass Metformin und Diätrestriktion besonders gut funktioniert oder besonders schlecht? Das ist eine tolle Frage, das weiß man meiner Meinung nach auch noch nicht. Also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder dadurch, dass sie ihr Leben lang, sag ich mal, Diät gelebt haben, haben sie eventuell schon einen positiven Effekt auf ein gutes Alter. Der ist vielleicht schon da und wenn sie jetzt noch zusätzlich im Alter weiter die Diätrestriktion als Intervention oder noch dazu Fasten oder Metformin als Intervention durchführen, dann könnte es sein, dass es immer noch eine positive Antwort gibt, weil sie dieses epigenetische Gedächtnis, sag ich mal, des Ad libitum Essens nicht haben, aber bewiesen ist das nicht. Es könnte auch sein, dass der positive Effekt einfach schon da ist und dass er jetzt nicht noch aktiv weiter verstärkt wird durch die Intervention im späten Leben. Jetzt muss ich aber auch verstehen, Mäusen, denen man in jungen Monaten, die leben ja nicht so lange, Metformin gibt, die haben den lebensverlängernden Effekt. Ja. Und wenn man denen das Metformin im Alter gibt, haben sie den nicht. Also in der Jugend nicht, aber nur im Alter. Was passiert denn da epigenetisch oder in der Zelle? Weiß man nicht. Also man weiß auch meiner Meinung nach nicht gut genug, wann man eigentlich im Leben für wie lange Zeit diese Intervention machen muss. Also vielleicht reicht es ja aus, sag ich mal, als junger Erwachsener bis zum Alter von 40 oder 50 Jahren auf sein Gewicht und seine Diät zu achten und solche Interventionen zu machen. Und vielleicht ist der Überlebenseffekt sogar stärker, als wenn man es dann sein Leben lang bis ins fortgeschrittene hochaltrige Kreisenalter weiterführt. Und solche Untersuchungen, denke ich, sind Sachen, die uns sehr interessieren, genauer zu bestimmen, was ist eigentlich der Effekt zu verschiedenen Phasen im Leben. Und diese Phasen im Leben, wo eine Verminderung des Stoffwechsels und der Wachstumsaktivität sich positiv auswirkt aufs Altern, es kann durchaus sein, dass die Effekte besonders stark sind in jungen Jahren, vielleicht sogar schon in der Entwicklung, im Heranwachsen. Da gibt es Hinweise aus Mausstudien, zum Beispiel von den Mäusen, die eine Mutation haben in einer kleinen Drüse im Gehirn, die das Wachstumshormon reguliert. Auch das IGF-1 oder nur das Somatotropin? Ich denke da jetzt an wirklich dieses Growth Hormone, also Wachstumshormon selbst. Und dieses Wachstumshormon, also diese Mutation in der Pituitary Gland führt bei den Mäusen dazu, dass sie kleiner sind als normale Mäuse, aber diese Mäuse leben vier Jahre, was sehr lang ist. Also normalerweise leben Mäuse, sage ich mal, dreieinhalb Jahre Maximum und die leben vier Jahre. Und was interessant ist, es ist ja eine Mutation. Also das Gen ist im gesamten Leben der Maus reduziert aktiv. Und es wirkt sich aber sichtbar aus, eben auf das die heranwachsende Maus, die juvenile erwachsene Maus, die eben dann kleiner bleibt und dann diese Langlebigkeit zeigt. Und die Gruppe von Richard Miller aus USA, die haben untersucht und auch der Andrej Bartke, was passiert, wenn man diesen Mäusen des Wachstumshormons zusätzlich verabreicht und haben dann diese Mäuse in einer relativ kurzen Zeitspanne nach der Geburt bis zum Alter von acht Wochen. Das ist so die Phase, in der die jugendliche Maus heranwachst zur jungen erwachsenen Maus innerhalb der ersten acht Wochen. Und wenn man in dieser kurzen Phase das Wachstumshormon appliziert, werden die Mäuse, wird der Wachstumseffekt, also Defekt, dass sie kleiner sind, der wird weitestgehend aufgehoben. Der Überlebensvorteil ist dann aber auch dahin. Und das zeigt eigentlich, dass eben dieses Wachstum in den ersten Lebensphase bis zum jungen Erwachsenen offensichtlich ein Gedächtnis in den Zellen der Maus hinterlässt, was die Langlebigkeit reguliert. Das heißt, in dieser Phase reicht es, das Wachstumshormon zu reduzieren. Der Rest des Lebens ist dann eigentlich egal. Als Nebeneffekt hat, dass man halt kleiner bleibt. Das gilt ja auch für das Rapamycin, da kommen wir nachher dazu. Auch Tiere, denen früh Rapamycin verabreicht wird, die bleiben ja auch kleiner. Oder überhaupt, kleinere Hundearten leben ja meistens länger, etc. hat ja offensichtlich alles, was mit diesem Wachstumshormon zu tun und dem starken Schub auch in der Wachstumsphase in den ersten Lebensphasen eines Lebewesens. Also ich fasse jetzt mal zusammen Metformin und die Erdrestriktion. Für alle die, die jung sind, heißt das, bitte achtet darauf, dass ihr frühzeitig immer mal Intervall fastet oder auf jeden Fall nicht zu dick werdet, wenn wir die Ergebnisse auf den Menschen überhaupt übertragen können. Und zum Zweiten, wenn wir schon dünn waren, haben wir schon mal einen Vorteil, wenn wir älter werden. Und wenn wir älter sind, dann könnte es sein, dass wir mit Kalorienrestriktionen und Metformin noch einen kleinen Effekt für gesunde Langlebigkeit haben. Aber der Effekt wird mit großer Wahrscheinlichkeit kleiner sein, als wenn wir in der Jugend schon damit angefangen hätten. Richtig zusammengefasst? Absolut richtig zusammengefasst. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Ich glaube, man muss jetzt noch ein bisschen ins Detail gucken, aber da steht die Forschung im Moment. Wie effektiv ist Metformin noch im Alter? Wie effektiv ist Diätrestriktion noch im Alter? Meine Ahnung ist, so ein bisschen aus der eigenen Forschung, dass das vielleicht für die Maus zumindest die Diätrestriktion im Alter vielleicht doch noch einen gewissen Effekt hat. Wohingegen das Metformin, da sehen wir, ähnlich wie die Studien von Anisimov im Alter keinen überlebensverlängernden Effekt mehr zu haben scheint. Und ich glaube, was man auch hervorheben sollte, ist, was sich unterscheidet in den Mausstudien, ist das Rapamycin. Das Rapamycin, was ja direkt ein Inhibitor ist von diesem M-Tor, den wir vorhin schon besprochen haben, also diesem zentralen Regulator, der die Aktivität des Stoffwechsels, des Aufbauenden Stoffwechsels in der Zelle reguliert. Und da greift das Rapamycin direkt an und inhibiert das M-Tor. Und das wirkt auch in alternden Mäusen, als wenn man im hohen Alter anfängt, noch überlebensverlängernd. Und ich finde, das ist ein sehr interessanter Aspekt, der noch nicht genügend untersucht ist. Warum kann eine direkte Inhibierung vom M-Tor das noch bewirken, wohingegen das Metformin, was auf anderer Ebene eingreift, über Hemmung der Mitochondrien, dann auch zur Hemmung vom M-Tor führt. Warum kann das Metformin das nicht? Und ich glaube, hier muss die Forschung weiterarbeiten und das ist auch eins von den Gebieten, was uns sehr interessiert, weil ich glaube, für die praktische Umsetzung einer Intervention, die das Altern verbessert oder auch die Gesundheit im Alter, ist es wichtig, dass es eine Intervention ist, die man beginnen kann, wenn man alt ist. Weil ich sage mal, wir können uns alle noch erinnern, wie es ist mit 18 oder mit 20, da denkt man nicht über das Alter nach. Und man wird, glaube ich, in der menschlichen Population keine Verständnis dafür finden, dass man jetzt im jungen Jahr sein Leben irgendwie anders gestalten soll, um dann besser zu altern. Wenn man aber eine Möglichkeit hat, mit 60 oder 70 Maßnahmen an die Hand zu bekommen, die man selber ergreifen kann, die einem dann erlauben, besser zu altern und länger gesund zu bleiben, dann wäre, glaube ich, die Compliance der Menschen, also die Fähigkeit und auch der Wille, solch einen Ratschlag anzunehmen oder so eine Intervention auch durchzuführen, wesentlich höher. und insofern ist das auch eins, glaube ich, der Kerngebiete der Altersforschung, die jetzt darauf setzt, also translational auch für den Menschen neue Wege aufzuzeigen, zu verstehen, warum funktionieren bestimmte Interventionen im Jungen, aber nicht mehr im Alter und ist es möglich, das Nicht Funktionieren im Alter zu reaktivieren, dass der alte Körper, die alten Zellen, die alten Organe auch wieder eine verstärkt positive Antwort auf solche Interventionen einleiten können. Also ich ziehe für mich die Schlussfolgerung drauf, ich ersetze Metformin durch Rapamycin, das ist ein Immunsuppressor mit Nebenwirkungen, aber natürlich sehr niedrig dosiert und ich finde es ja so spannend, dass wir ein Protein, also diesen zentralen Schalter für unseren Stoffwechsel M-Tor, dass wir den ja nach Rapamycin benannt haben. Das ist Mechanistic Target of Rapamycin M-Tor und nur dort ist das aktiv, okay, ich ersetze das, allerdings eine letzte Frage zu Metformin noch, wir haben ja vorhin umfänglich darüber gesprochen, was Metformin alles an tollen Effekten hat, also eben auch Demenzprophylaxe, Herz-Kreislauf-Erkrankungsprophylaxe, sowieso Diabetesprophylaxe und vieles andere mehr, Entzündungshemmung. So und jetzt ist in den USA endlich diese große TAME-Studie angelaufen, Targeting Aging by Metformin TAME und da haben ja ganz viele ganz lange drauf gewartet, die ist ganz, ganz teuer und die will ja jetzt genau schauen, was kann Metformin im alternden Körper bei mittelalten Menschen und auch bei älteren Menschen positives bewirken. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn wir wissen, dass es im älteren Menschen mit großer Wahrscheinlichkeit gar nichts bringt, dann können wir doch die TAME-Studie jetzt gleich wieder einstellen. Ja, das ist natürlich eine kritische Frage. Also Sie haben jetzt verschiedene Sachen angesprochen. Ja. Ich fange mal mit dem Metformin an und mit der TAME-Studie, weil das war das letzte und da ist es tatsächlich so, dass ich es selber auch ein bisschen kritisch sehe, ob die Studie erfolgreich sein wird. Ich glaube, man wird zumindest, hoffe ich, keine negativen Effekte sehen. Nun ist es aber auch immer noch möglich und das möchte ich der TAME-Studie auch zugutehalten, dass es im Menschen eben doch anders ist, als in Mäusen und vielleicht sind eben Menschen eben doch positive Effekte, treten die doch auf. Die Möglichkeit besteht. Ich nehme beides. Ich nehme Metformin und Rapamycin. Was man sagen kann, ist, dass Metformin ist im Prinzip ein guter Kandidat, um es zu testen, weil es eben schon so lange, so breit bei Millionen von Menschen eingesetzt worden ist. Das heißt, es ist eigentlich ein sicheres Medikament. Jetzt sprechen die Tierdaten aus Fisch, Maus und Wurm einer dagegen, dass man im Alter noch positive Effekte sehen wird bei Stoffwechselgesunden. Und ich glaube, das ist auch wichtig hervorzuheben, Metformin im Alter bei Diabetes erkrankten ist durchaus positiv. Und es hat ja, das ist bewiesen in klinischen Studien, also wenn jemand jetzt einen Diabetes hat und alt ist, dann ist Metformin das Mittel der Wahl und da ändert sich auch nichts dran. Aber es kann sein, dass die Funktion der Mitochondrien bei alten Patienten mit Diabetes anders ist als bei alten Gesunden. Und die Tierstudien, die durchgeführt wurden, bei Mäusen und Fischen, das waren ja keine Diabetes-Krankheitsmodelle, sondern das waren gesunde, alte Tiere, die keinen Diabetes hatten. und da zeigt es sich, dass es einen Wirkverlust gibt für Metformin, was ein besseres Altern angeht. Und insofern bin ich auch leider etwas skeptisch, dass die TAME-Studie vielleicht keine großen Erfolge zeigen wird, aber man kann dem nicht vorgreifen und ich finde es trotzdem eine sehr wichtige Studie und finde gut, dass sie gemacht wird. Und wir müssen vielleicht, wenn ich da nochmal reinspringen darf, wir müssen vielleicht auch daran denken, dass sehr, sehr viele Menschen, ich beobachte das, ich rede sonst nicht so viel über mich, aber ich finde es immer so, auch so wichtig für mich ganz persönlich. Ich beobachte bei mir selber, dass mein Blutzucker, obwohl ich so gesund lebe, kein Zucker esse etc., mit der Alterung ansteigt. Also ich bin jetzt gerade so unter dem kritischen Wert. Und das gilt ja für ganz, ganz viele. Das könnte eben bedeuten, dass ein Metformin-Einsatz ab einem gewissen Alter, wenn eben der Blutzucker so ein bisschen ansteigt, in jedem Fall dann doch nicht so verkehrt ist. Das muss man sehen. Also da haben sich natürlich auch die Richtlinien at-hose geändert, was den Blutzucker im Alter angeht. Es gab zum Beispiel eine sehr berühmte Studie, die im New England Journal vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so veröffentlicht wurde, wo man diese intensivierte Insulin-Therapie verfolgt hat, dass man wirklich ganz genau misst und das noch genauer abpasst mit den Insulingaben, dass es nicht diese kleinen Peaks gibt, die zu hoch sind. Da hat man zum Beispiel festgestellt, dass gerade in den alten Personen das nachteiligen Effekt haltet, den Zucker ganz scharf, sage ich mal, unter der Grenze einzustellen, weil es offensichtlich so ist, dass im Alter es besser ist, wenn der Zucker in den Dicken über dem Normalwert ist. Also jetzt nicht Diabetes, also nicht Sky High, aber dieser leicht erhöhte Zuckerspiegel zeigte sich in dieser intensivierten Insulin-Therapie doch positiv gegenüber der ganz strikten Einstellung. Nun ist es beim Metformin so, dass das Metformin im Gegensatz zum Insulin nicht das Risiko hat, dass man zu niedrig geht mit dem Zucker. Das ist reduziertes Risiko. Und insofern... Und ich meine, man muss immer im Hinterkopf haben, Altersdiabetes darf nicht entstehen. Ja. Und das ist nun mal ein ganz verbreiteter Erkrankung. Ja, ja, ja. Und insofern für Altersdiabetes ist, glaube ich, es ist unstrittig, dass es ein gutes Medikament ist. Jetzt wollte ich aber noch kurz auf das andere eingehen, was Sie angesprochen hatten, weil Sie haben dann geschlussfolgert, jetzt nehme ich Rappamycin. Da will ich nur auch eine Note of Caution, also so ein bisschen zur Vorsicht auch raten, weil ich denke, es gibt tatsächlich viele auch Altersforscher, die schon solche Selbsttherapien machen mit Rappamycin, Nitrich dosiert oder Metformin und die verschiedenen Diätprogramme. Ich denke, man sollte diese Sachen am besten in tatsächlich klinischen Studien untersuchen. Ich würde jetzt niemandem empfehlen, solche Selbstmedikationen zu machen, weil wir wissen einfach noch nicht genau, ob nicht diese Medikamente, gerade diese medikamentösen Ansätze wäre ich vorsichtig, weil man weiß nicht, ob es da nicht doch eventuell auch Nebenwirkungen gibt. Zum Beispiel bei dem Amtor-Inhibition, Rappamycin, natürlich ist das Immunsystem auch dadurch reduziert aktiv. Das heißt, es könnte sich eventuell auf die Infektabwehr auswirken. Also wenn jetzt, sage ich mal, auch gerade im Rahmen von Covid eine Pandemie durchs Land zieht oder auch so. Ich meine, im Alter ist man infektanfälliger und wenn man dann eben eine Immunsystem seines Immunsystems vornimmt, kann es sein, dass das auch negative Auswirkungen hat, dass man den Infekt vielleicht nicht gut übersteht. Anderes Beispiel ist ja auch die Entstehung von Tumoren, die ja auch durch das Immunsystem zum Teil in Schach gehalten werden. Und insofern wäre ich einfach vorsichtig mit Selbstmedikationen, um das Altern zu beeinflussen. Ich selber würde da eher, wenn ich solche Eigenbehandlungen durchführen würde, eher tatsächlich auf die diätetischen Ansätze eher zielen und sagen, okay, die Interaktion oder Fasten oder solche Ansätze, da stelle ich mir vor, sind die Nebenwirkungen mit einem geringeren Risiko behaftet als bei Medikamenten. Muss man ganz klar sagen, das muss ich auch unterstreichen, aber ich gehöre halt schon zu der Altersgruppe, die sich sagt, wie lange muss ich jetzt noch warten, bis ich weiß, was Rapamycin und Metformin nun an vielleicht auch negativen Begleiterscheinungen haben, bis ich das weiß, durch das klassische Studiendesign, da bin ich schon unter der Erde. Deshalb sind Menschen gerade in meinem Alter schon eher versucht zu sagen, ich probiere das einfach mal aus. Vielleicht, noch kurz die Frage zu dem Rapalox. Diese Rapalox sind ja verwandte Moleküle des Rapamycin und der M-Thor, vielleicht sollen wir das jetzt, wenn wir schon so in der Zellbiologie sind, M-Thor-Schalter hat ja zwei Teile und der eine Teil ist gut, wenn man den hemmt, den anderen Teil sollte man möglichst nicht hemmen, aber beide hemmt Rapamycin und diese Rapalox hemmen jetzt wahrscheinlich, wenn sie es denn schaffen, nur den einen Teil und der betrifft nicht das Immunsystem. Sprich, man hätte die Langlebigkeitseffekte und würde das Immunsystem nicht schwächen. Das ist doch eine super Idee. Das finde ich auch spannend. Da gibt es auch schon Firmen, die sich darum kümmern, da verschiedene Rapalox zu testen und ich glaube, das ist ein sehr spannender Bereich jetzt so dieser medikamentösen Alternsforschung, eben weil die Untersuchungen zum Rapamycin gezeigt haben, dass es im Prinzip dieses starke Potenzial hat, das Altern günstig zu beeinflussen, wenn man das noch sicherer machen kann, jetzt durch spezifische Inhibitoren des ein oder anderen Komplexes vom M-Tor, das finde ich einen faszinierenden Bereich und da stimme ich Ihnen zu, das muss untersucht werden. Und man muss einfach abschließend sagen, wenn wir jetzt Metformin und Rapamycin vergleichen, wir haben jetzt Rapamycin nicht so umfänglich diskutiert, weil es eben ein Immunsuppressor ist und bisher das Metformin, was die Sicherheit angeht, sprich Nebenwirkungs nicht frei, aber definiert und nicht schlimm, das gilt für das Rapamycin eben noch nicht und Rapamycin ist noch sehr teuer und wird noch überhaupt nicht in Betracht gezogen, das für eine breitere Studie am Menschen zumindest in der Form wie TAME einzusetzen, obwohl es eben vielleicht wirksamer ist. Da müssen wir echt ein bisschen Geduld haben. Aber das kommt vielleicht dann auch mit diesen Rapalox, wenn die sich gut darstellen im Tierversuch, sage ich mal, dann wäre das vielleicht wirklich ein Schritt vorwärts zu sagen, das könnte man auch in einer menschlichen Studie zum gesunden Altern, zur Krankheitsprävention im Alter eben dann als nächstes vielleicht auch testen. Ja, das hatte ich mit einer CEO, einer der Firmen, die an Rapalox arbeiten, auch diskutiert und habe sie gefragt, wie lange wird es denn in etwa dauern, bis wir darauf praktisch hoffen können? Und dann sagte sie, naja, acht bis zehn Jahre. Ja, naja, man könnte natürlich sich registrieren, um bei so einer Studie mitzumachen. Genau, die läuft nur leider in den USA, ich bin nicht dabei. Nehmen wir jetzt eine Gruppe von Nahrungsergänzungsmitteln der neuen Generation, NR, NMN, also die sogenannten NAD Booster, Precursor. Da haben sie mit ihrem Team intensiv gearbeitet und geguckt, was haben die denn für Effekte im Vergleich auch zur Diätrestriktion, zu welchen Ergebnissen kommen sie denn da bei jungen und bei alten Mäusen? Ja, das finde ich auch einen ganz interessanten Punkt. Dieses NAD ist ja im Körper benötigt für eine Vielzahl von Enzymreaktionen und die wichtigsten beinhalten zum Beispiel die Mitochondrienfunktion, sowohl die Atmungskette als auch den Zitronensäurezyklus, also die Verbrennung von Fetten und Zucker zur Energiegewinnung. Und es gibt Hinweise, dass das NAD im alten Körper, auch im Menschen, reduziert vorhanden ist. Und zwar weiß man auch schon relativ genau, woran das liegt. Im Alter kommt es vermehrt zur DNA-Schädigung und da gibt es ein Enzym, was diese geschädigte DNA dann markiert. da werden so Ketten dran gesetzt und diese Ketten dafür verwendet dieses Enzym, das PARP, verwendet dafür NAD. Das heißt, das NAD wird dort verbraucht, weil mehr DNA-Schädigung vorliegt. Zusätzlich gibt es andere Mechanismen, zum Beispiel das CD38, das ist auch ein Enzym, was das NAD verbraucht, was von Entzündungszellen häufig sehr stark auf der Oberfläche der Zelle exprimiert wird, also vorhanden ist. Und auch da ist es so, dass im Alter diese Entzündungszellen gehäuft auftreten und dann eben auch zum Verbrauch vom NAD. Basierend auf diesen Erkenntnissen haben dann Forscher auch in den USA, Chuck Brenner war da einer der Ersten, eben geschaut, wie wird das NAD hergestellt und kann man das eventuell über Ergänzungsmittel den Spiegel von NAD im Körper und in Zellen erhöhen. Und da gibt es verschiedene Substanzen, insbesondere eben das NR und das NMN, was im Moment verfolgt werden, als Vorläufer vom NAD. Und interessanterweise gibt es zu beiden Vorläufer Metaboliten schon Daten aus Tiermodellen, dass diese Supplementierung tatsächlich dazu führt, dass das NAD im alten Organismus wieder erhöht werden kann. Und zu beiden Kandidaten gibt es auch schon klinische Studien, die zum Teil auch hochrangig publiziert zeigen, dass die eben auch im Menschen das NAD wieder erhöhen. Was unsere eigenen Arbeiten angeht, so sind wir insbesondere interessiert zu untersuchen, ob die Supplementierung vom NAD eventuell eben einen Anti-Aging-Effekt haben könnte. Es gibt da Arbeiten von einem Schweizer Forscher Johann Owerx, der hat gezeigt in Mäusen, dass wenn man alten Mäusen dieses NR, diesen NR-Vorläufer vom NAD gibt, das Überleben leicht verlängert wird, um sechs Prozent. Und dieser Überlebenseffekt war knapp signifikant, aber er hat eben auch positive Effekte gesehen auf die Muskelkraft und auch auf Stammzellen. Und insofern ist es schon auch ein interessanter Kandidat. Und wir untersuchen in unserer Forschung jetzt insbesondere die Frage, ob eventuell die Erhöhung des NRD dazu führen kann, dass der alte Körper auch wieder besser auf Interventionen anspricht, die einen Stress induzieren, einen milden Stress, wie die Diätrestriktion oder auch wie mit Formen oder auch MTOR-Inhibitionen. Das sind alles Interventionen, die einen milden Stress induzieren und dann werden Antworten aktiviert wie Autophagie, die dann geschädigte Proteine abbauen und dieser Autophagie-Prozess, das weiß man, der ist auch stark NAD-abhängig. Das heißt, es könnte sein, dass es da ein Zusammenwirken geben könnte zwischen einer Normalisierung der NAD-Spiegel im Körper und der Aktivierung von gesundheitsfördernden Stressantworten zum Beispiel in Antwort auf Diätrestriktion oder Metformin- induzierte Mitochondrien-Hemmung oder Rapamycin- induzierte Mtochondrien-Hemmung. Also, ich schließe messerscharf. Wenn wir Metformin, Diätrestriktionen oder vielleicht auch Rapamycin im Alter geben und damit einen Longevity-Effekt haben wollen, dann ist die Voraussetzung dafür, dass das funktioniert, dass wir genug NAD haben. Und wenn wir das nicht haben, funktioniert das einfach im Alter nicht und da wir wissen, dass NAD im Alter immer weniger vorhanden ist, würde es als Voraussetzung notwendig machen, dass wir NR oder NMN nehmen, supplementieren und dann könnte es sein, dass Metformin, Rapamycin, Diätrestriktionen auch bei alten Menschen funktionieren. Sie schlussfolgern jetzt aus einer Forschungsfrage heraus, dass die Antwort schon besteht. Aber die Antwort ist im Prinzip noch nicht gegeben, das wissen wir noch nicht. Es hört sich logisch an, es ist eine logische Fragestellung und es ist ein Projekt, sage ich mal, was wir im Moment auch tatsächlich in alten Mäusen untersuchen, ob da ein Zusammenwirken bestehen könnte. Theoretisch muss man sagen, könnte das so sein? Ob es ausreicht, durch so eine NAD-Supplementierung tatsächlich die Stressantworten zu verbessern und positive Effekte zu erzielen auf das Überleben und das Verhindern von Krankheitsentstehung, das müssen die Studien noch zeigen und wir hoffen im nächsten Jahr soweit zu sein und dann denke ich mal, könnte man ihre Schlussfolgerung eventuell mit Daten untermauern. Sie wissen natürlich viel mehr, als Sie es jetzt sagen, wir müssen bis Ende nächsten Jahres nehme ich mal an, noch ein bisschen Geduld haben, oder? Ja, naja, also man weiß natürlich nie, was alles an Publikationen jederzeit schon herauskommen können, aber unsere eigenen Untersuchungen zu der Fragestellung werden ungefähr noch ein Jahr dauern, das stimmt. Ich werde an dieser Stelle unseres Gesprächs meine Medikation weiter fortführen, wie ich sie bisher mache, ich nehme nämlich auch NR, also NR-Metformin, hypothetisch setzt das NR die Voraussetzung dafür, dass das Metformin im Alter funktioniert und warte dann die Bestätigung durch Ihre Studie im nächsten Jahr ab. Das hört sich sehr gut an. Ich habe noch eine Nachfrage zum Thema Stammzellen. Sie sind ja auch Stammzellenexperte und haben gesagt, das NR, also die Vorstufe zum NAD, das wir so sehr brauchen oder das NMN, ebenfalls Vorstufe zum NAD, das wir so sehr brauchen und beide wären ja ganz gut aufgenommen, sind ganz gut bioverfügbar, würden sich positiv auf unsere Stammzellenalterung auswirken, das heißt die Stammzellenalterung ein wenig verlangsamen. Was weiß man dazu? Naja, was wir wissen ist, dass die Diätrestriktion tatsächlich einen positiven Effekt auf die Stammzellalterung hat. Das haben wir gesehen, insbesondere in Studien an jungen bis mittelalten Tieren, da hat die Diätrestriktion das Altern der Blutstammzellen verlangsamt und im Alter kommt es in den Blutstammzellen dazu, dass die Stammzellen an der Zahl zunehmen, aber die Funktion Blut zu bilden lässt nach. Und die alten Blutstammzellen produzieren dann auch mehr Entzündungszellen und weniger Lymphozyten, die so für die spezifische Abwehr zuständig sind. Und was wir da gesehen haben, ist, dass diese Effekte durch Diätrestriktion im jungen bis mittleren Alter, jungen Erwachsenen bis mittleren Lebensalter tatsächlich verlangsamt werden. Für das NR, für die NAD-Supplementierung hat man das auch gesehen, die positiven Effekte auf Stammzellen. Zum einen Muskelstammzellen sind in der Funktion verbessert, aber es gibt auch Untersuchungen zu Blutstammzellen und da scheint es so zu sein, dass das NAD insbesondere diese frühen Vorläufer Zellen. Also die Stammzelle ist ja so eine ruhende Zelle. Wenn die sich dann teilt, wird ein Vorläufer gebildet, der sich dann sehr schnell teilt und die neuen Blutzellen produziert. Und insbesondere auf dieser Stufe der frühen Vorläufer Zellen, da scheint die Supplementierung vom NAD dann in alten Mäusen einen Vorteil zu zeigen, dass die eben besser und mehr Blutzellen also fürs zirkulierende Blut produzieren können. Und können Sie etwas aus Ihrer Forschung sagen über NR und NMN im Vergleich? Sind Ihrer Meinung nach beide gleich gut in der Supplementierung und Ihrer Effekte? Da kann ich leider nichts zu sagen. Wir haben das NMN selber nie eingesetzt. Wir haben uns nur auf das NR fokussiert. Da gibt es Literatur dazu und auch glaube ich so einen gewissen Disput, aber ich kann mich da wirklich mit unserer eigenen Forschung nicht einmischen und ich denke da muss man die Studien abwarten. Beide Vorläufer können die NAD Spiegel im Körper erhöhen, im Menschen. Und wir können diesen Podcast nicht abschließen, ohne dass ich ganz kurz auf AKG eingehe, Alpha-Ketogluterat, das ja in der letzten Zeit immer mehr in der Diskussion ist, weil das auch ein wichtiger Wirkstoff ist, den wir im Krebszyklus in unseren Mitochondrien unbedingt brauchen und in großen Mengen vorhanden haben und auch das ist offensichtlich im Alter rückläufig. Nur eine kurze Einschätzung von Ihnen zur Bedeutung dieses Nahrungsergänzungsmittel der neuen Generation? Kann ich auch nicht viel zu sagen zum Alpha-Ketogluterat. Haben wir selber keine Versuche mitgemacht und ich bin mir auch nicht so sicher, dass die Datenlage da aus den Tierversuchen jetzt schon so gut ist, dass man es generell für Studien im Menschen in Erwägung ziehen sollte. Ich nehme es trotzdem phasenweise. Sie merken schon, ich bin wild entschlossen zu experimentieren. Ich bedanke mich sehr, aber ich möchte zum Schluss noch unbedingt von Ihnen erfahren, was nehmen Sie denn selber, wenn überhaupt? Also ich bin tatsächlich mein Leben lang, habe ich darauf geachtet, etwas Sport zu treiben und ich habe eigentlich diese Diätintervention jetzt erst angefangen, indem ich selber mit der Forschung mich mehr darauf konzentriere. Da machen wir dann teilweise eben so Selbstversuche, wo wir sagen, okay, wie ist das eigentlich, wenn man Diätrestriktionen macht und jetzt schon ein bisschen älter ist und wie ist das, wenn man NR dazu nimmt? Wie sieht das konkret aus? Wie machen Sie Intervallfasten? Also was ich gemacht habe, ist tatsächlich klassische Diätrestriktionen. Ich habe das jetzt nicht so gemacht, dass ich es Intervallfasten gemacht habe, dass ich nur eine Mahlzeit am Tag gegessen habe, sondern schon drei Mahlzeiten. Aber praktisch habe ich es so umgesetzt, dass ich einfach gemessen habe, wie viel esse ich in einer Woche, wie viel esse ich am Tag und bin dann eben um 30 Prozent heruntergegangen mit der Nahrungszunahme. Die Kommentare, die man dann so von Kollegen und so bekommt, sind dann, oh mein Gott, das ist doch keine Lebensqualität mehr. Ich muss sagen, für mich war es eigentlich nicht so. Also ich habe ehrlich gesagt das positiv wahrgenommen, weil das weniger, was man isst, das schmeckt alles fantastisch gut. Das heißt, es ist eigentlich ein größerer Genuss, das Essen zu sich zu nehmen, wenn der Appetit auch den Geschmackssinn schärft und man es besser genießen kann, als wenn man immer isst, bis man wirklich satt ist. Also für mich ist es eigentlich, muss ich sagen, wenn man jetzt mal rein vom Essensgenuss ausgeht, war es besser. Das werden wir als Appell sowieso ins Netz stellen. Sie haben das kombiniert mit NR. Ich habe es dann auch kombiniert. Ich kann es nicht vergleichen. Ich habe es nicht ohne NR gemacht. Also ich kann es nicht vergleichen. Ich habe es einfach kombiniert und kann jetzt nicht sagen, ob ich was vom NR gemerkt habe. Aber ich glaube, der größte Effekt kam tatsächlich durch die Diätrestriktion, durch dieses, man isst den ganzen Tag etwas agiler, kam mir so vor. Man hat nicht so diese Müdigkeitsphasen nach dem Mittagessen, wo man sich dann die ersten Stunden durch den Nachmittag schleppt. Ich fand das eigentlich alles sehr positiv und ich kam mir aktiver, agiler vor, auch etwas gelenkiger. Also rundum denke ich durchaus ein positiver Effekt. Aber es gibt die Meinung im Volk der Alternsforscher, dass es keine Therapiemöglichkeit für den Menschen ist. Zum Beispiel Richard Miller. Habe ich mich mit ihm letztens darüber unterhalten. Richard Miller ist der Meinung, Diätrestriktion funktioniert im Menschen nicht. Keiner kann es durch einen ganz kleinen Anteil der Menschen, die da compliant überhaupt sein können, über längere Zeit. Sondern er denkt eher, dass man dann so einen Jojo-Effekt hat. Man macht das eine Zeit und dann gibt man auf und dann ist es halt wieder vorbei. Und er hält es für die Bevölkerung für nicht durchführbar. Und wenn Sie schon Richard Miller erwähnen, dann muss ich jetzt auch seine Äußerung im Podcast von Peter Attia hier zitieren, der alles zunichte macht, was wir in diesem Podcast diskutiert haben. Er ist ja auch der Chef des Intervention-Testing-Programms in den USA. Das heißt also, es werden die verschiedensten Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente getestet. Sowas haben wir vergleichsweise gar nicht in Europa. Und ich zitiere mal, Rich behandelt die bemerkenswerten Erfolge wie Rapamycin, 17-Alpha-Östradiol und Akarbose-Erfolge. Also da haben wir ja durchaus positive Übereinstimmung mit ihm. Sowie bemerkenswerte Misserfolge wie NR, Metformin und Resveratrol. Und bei Metformin und NR sind wir partiell anderer Meinung. Aber so ist es eben in der Wissenschaft. Ich bedanke mich, Herr Professor Renard Rudolf. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Wir sind durch ein breites Feld so verständlich geführt worden von Ihnen, dass ich überzeugt bin, dass jeder, der uns zugehört hat, jede Menge mitgenommen hat. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Weitere Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Wenn du etwas in dieser Folge gelernt hast und diesen Podcast unterstützen möchtest, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Damit hilfst du mir und anderen Zuhörern, dass dieser Podcast und seine Inhalte leichter gefunden werden. Besuch mich auch auf meinen anderen Kanälen bei Instagram, TikTok, Facebook oder YouTube. Ich freue mich immer über Feedback und weitere Fragen von dir. Alles wird gut, aber nicht von alleine.